Ja, guten Morgen Leute, die haben random hier. Ich mache mal wieder so einen Scheiß-Talk, Toiletten-Dings, Toiletten-Scheiß, Toiletten-Talk. Ich bin gerade halt aufgestanden und ich musste halt gerade feststellen, dass irgend so ein Idiot meine Idee geklaut hat, ja. Auf Toilette Scheiß-Videos machen, das ist absolut meine Idee. Und was ich auch feststellen musste, er hat auf die Uhrzeit geachtet, er macht die 1-Minuten-Regel. Das ist ja wohl eindeutig meine Idee gewesen. Ich hasse es wie die Pest, wenn Leute Ideen klauen. Ernsthaft, denkt euch selber was aus. Es ist nicht so schwer, sich was auszudenken. Ihr habt jede Menge Zeit, den ganzen Tag lang nachzudenken, wenn ihr nur 1-Minuten-Videos machen wollt. Also wirklich, denkt euch was Eigenes aus, macht es, ladet es von mir aus hier auch hoch auf den Kanal, ist mir scheißegal, ehrlich gesagt. Aber nicht meine scheiß Ideen. Wenn ich so ein Kack-Video machen will, will ich so ein Kack-Video machen.